BANG! Right in the face! Gets him with the camera! Woah! You can bet that got there! Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von WW2K20 Äh, im letzten Part haben wir von einem Tablett auf die Fresse gekriegt Ich bin gespannt wie es jetzt weiter geht Okay, so, maybe my memory of that day is a little off Severe emotional trauma will do that But did I really say all that stuff about her grandmother? Yep, you had some serious rage issues back then Did you also forget that's how you got your nickname because you were always seeing red? No, I remember And then Brooklyn tacked on the hot head part Gotta give her credit for that You know, the rhyming definitely made it catchier Hot head red Hot head red Hot head red Okay, okay, we get it Have you figured out that's safe yet? No, but I'm pretty sure I use the same combination I've always used for everything Which is Ach du scheiße Ich glaub 33 war's Irgendwas mal 33 16, 33, 9 Oh, müssen wir uns jetzt auch mal Sachen merken? Ach du scheiße Ich glaub wir haben die 33 gemerkt von gerade Ich hab mich interessiert was passiert Ich hab mich interessiert was passiert aber wäre es nicht so gewesen Mommy won't ever let that happen again There's something seriously wrong with you There's something seriously wrong with you You're just jealous We should get going we can't be late Hey, we got a message from President Johnson Do you think you impressed the most electrifying president in United States history with all your career achievements? Actually you do All the best on your big day I'll be watching from the People's White House That's cool But I voted for Cain Hm Hm Okay Oh das ist ganz spannende Wenn Supersal einen Tisch an einer Leiterbrücke lehnt Kannst du ihn mit drauf platzieren Ah Ah Wie im letzten Teil schon Hier ist viel anders gemacht Ich muss mich äh Das sind so nur ein zwei Sachen aber so prägnante Sachen ne Wie zum Beispiel kontern und über Seile springen und sowas Das äh Muss ich mir nochmal angucken Wenn ich jetzt in meinen Karriere-Hub Benutze, um zwischen Personen und Objekte zu wählen Drücke mhm Um die Werteaktion zu beginnen Neue mhm Drücke mhm Zwischen den Handys einem mhm Zwischen Wechseln Mhm Auf Telefon Mhm 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 Ja Okay AJ Styles Natal Ja Und die Lobby verlassen Superstar tauschen Wir gehen auf den Cruiser natürlich Auf meinen Cruiser So Mein Spielerbaum Das hat sich auch ein bisschen geändert hier tatsächlich Mein Spielerbaum Mal gucken ob wir jetzt schon wieder was gekriegt haben Ja 7 Attributpunkte Die habe ich hier schon alle versorgt Die Attributpunkte Und ich wollte jetzt da drauf hin Auf Hammerbock Ne wollte ich überhaupt nicht Wo wollte ich denn hin Was ist das hier? Mein 4er Schlagkombination Oh Mh Mh Hier an Milch Konsorten Und sowas Also ich glaube Was ist denn hier oben? Hier hat es ein bisschen was mit Sprünge zu tun Perfekte Einfluss in den Waffenbeispielen Natürlich verursachen Okay Das ist auch gut Talent Reversal Möchtest du jetzt ausrüsten? Ja wegen mir Alles ausrüsten Alles rein da Und machen hier das ganze Zeug noch fertig Und hier Und was ist das? Sprungbrettspringer Gut Hauen wir das nochmal drauf Zack Und dann haben wir alle ausgegeben Ne? Ja Ok zurück Möchtest du meine Karriere ab zurückkehren? Ja Möchte ich So Ja Wie gesagt Deswegen der Anruf gerade Und da musste ich unbedingt erstmal kurz rangehen Und gucken was da los ist Wenn wir heute hier Sau Also Ihr wisst Bescheid Was man so macht Wenn man jung und Willig ist Ok AJ Styles Was? Was ist denn vorbei? Ich weiß Es ist Es ist Es ist Ich dachte Das war das Mal wir uns in eine Falle Count Anywhere match Mann Das war brutal Ja Aber Dank an dich in der match Jetzt Everytime mein jaw hurts Ich weiß es wird Wann Eher Vielleicht Du sollte das nachher Nein Du Kannst du Du bist der Champ Der Camp Aber ich bin der Champ Der weiß Wann es ist Ja Das hat nicht Der gleiche Ring Das match spielen Na klar Pull das match auf deinem Telefon Wenn du nicht möchtest Natürlich will ich das spielen Das interessiert mich jetzt False count Everywhere Match Das dauert eine Weile Da wird das hier wahrscheinlich ein längerer Part werden Tatsächlich False count ist glaube ich auf Zeit So eine Viertel Stunde Wie oft würde ein Ante gepinkt Das ist das Pinfall oder Aufgabe Ok Steh auf Steh auf Steh auf Ja Geil Boah ich freue mich da richtig drauf So mal gucken was ich so für Moves eingepackt habe Den hier tatsächlich Wie im letzten Teil schon Was macht der hier Drakensteiner war das genau Ich glaube hier der linke ist Standing Seafire Jetzt hier Das ist die Headset Das ist die Headset Das ist die Headset Superstar Put themselves in a position to win Und 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 die ganze knöpfer so wie hat man denn ich bin das wie so ist es ja in Karni vor Ort ist die vorfügt die Richtige Schüppel ist auch gar nicht mehr so ist es können wir uns nicht mehr mit LTRT ging das zu tun das ziehen das das war nicht so hard ergeist er war mit dem ist zurücklieferiert sein und sonst ich glaube die muss haben tatsächlich noch gar nicht eingestellt von den seilen jetzt können wir mal den 619 auspacken glaube ich als ob er da rauskommt Signature, Finisher, der ist absolut rot und orange in den Kopf und der kommt da raus? Das ist doch noch bla bla bla, oder? So hoch mit dir. Oh ja, Harry Caruana vom obersten Ringseil. Und Pin. Das ist halt nicht wahr. So. Kommen wir ins Swiss-Vertil. Wie der Aufs-Mitkrieg. Elbow-Drop. Six-Sech. So, jetzt aber. Los jetzt. Sag mal, was ist denn mit den AJ Styles eigentlich? Wie kann man denn so willig kämpfen die ganze Zeit? Oh ja. Die, die, die. Alter. Pin. Ich glaube, der will den Six-Vertil nochmal machen. Ich glaube, der will jetzt. So. In die Ringseile mit dir. Ah, oder hier. Mal gucken, was macht er jetzt. Ja, komm hoch. So, und dann hauen wir nochmal den Six-Vertil raus, Leute. Oh ja. Und der Pin. Und der Pin. Willst du mich verarschen? Das ist jetzt mal ernsthaft. Was musst du denn noch machen? Ich würde übrigens gerne wissen, wie man ihn transportieren kann. Da könnte ich jetzt auch noch mehr machen, aber da ich weiß, kann es jetzt aber nichts wie es zu tun, ne? Den sein Körper ist einfach nieder. Wie viel Energie in dieser Arena heute Abend. Ich bekomme Goosebumps. Moonsault. Komm jetzt. Der Referee in Position. Es gibt zwei. Wie? Wie? Ich mag das in seinem Augen hier, Leute. Kann man das vielleicht gar nicht gewinnen? Der Referee might want to think about stepping in here. So, jetzt kassiert er halt zum dritten Mann in 619. Ah, okay. Oh. Und dann gibt es nochmal den Didi-Di draußen wegen mir. Alter, vier Sterne, ne? Der holt halt, der hält halt so viel aus. Oh, oh. Oh, oh. Problem, ich kann nicht kontern. So, 619. Oh, ja. Komm jetzt. Oh, ein Finisher. Oh. Was ist hinter mich? Das war knapp. Oh. 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 So, was ist denn jetzt? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, und wenn du willst, AJ Styles, du kannst mit mehr als das. Oh, ein Warrior. Das ist, wie die Leute verhört werden. Oh, ja. Oh, der Gott. Und hoch mit dir. Hold on, guys. This isn't good. Ist denn jetzt? Das darf doch nicht wahr sein. Da steht er halt auch direkt wieder auf, als wäre nichts passiert. Also, wenn nichts passiert. was macht er denn jetzt? Was burbelt er denn hin? Oh. Oh, jetzt geht's dir aber rund. ich verstehe das ist gerade alles nicht so richtig hier so dass wir jetzt den vierten 619 der vierte 619 bleiben gespannt weil ich jetzt wieder aus jetzt muss es doch vorbei sein verarscht mich doch nicht oi 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 halleluja also das war wirklich wie oft der wie oft der kassiert hat das ist unfassbar oberkörper einfach grau gewesen sag mal ohne miss jetzt da fällt mir auch nichts mehr zu ein grau oberkörper grau dann ist alles gebrochen das ding ist durch also der ist komplett lost einfach wie kann hinterher dann immer noch aus also rauskommen aus nach dem finisher vor allem verstehe das nicht aber okay er ist okay so mit natalia quatschen ich wollte dich gratulieren red you really deserve this thanks nati i know we had some differences over the years but we always worked them out in the ring yeah except that one time we got into it backstage i forgot about that i didn't you threw me into a road case oh yeah sorry what were we even fighting about the usual stuff who was better the title you saying you were the best female superstar to ever come out of calgary brüge spielen die brügeleine nicht spielen wir spielen jetzt erstmal nichts mehr das war es nämlich mit part 2 ich wünsche euch noch einen schönen tag lasst eine bewerbung da wenn es euch gefallen hat wenn ich dann nicht obola haut rein bis zum oh man was ist denn hier los jetzt ich komme gar nicht zum ob jetzt ok haut rein wenn es euch gefallen hat und da habe ich ja schon gesagt ich wünsche euch noch einen schönen tag machts gut bis nächstes mal und tschau ok 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 ok